Okay, C. Das ist jetzt der Turnierfavorit gegen einen halbsehresen PvP-Spieler, Kamil. War nicht unsere einzige Segel. Segel hab ich früher auch immer gespielt. Oh, da kam der Steinprock. Das wird dem aber nicht so gut gefallen. So viel zum Thema Luck. Ah. Ja, stell mir doch mal eben noch die, wieder nach oben das Immort. Ich vergesse es doch immer wieder. Komm, dann schreiben wir doch mal hier, setzen wir doch mal eben die Zeit. Gutes Recover hier. Starke Ulti von, äh, Ulti. Starker Mental of Death. Unglücklich mit dem Clown nur ein Angebot zu bekommen. Epi spielt das gerade sehr langsam, dadurch, dass der Start so ein bisschen vermasselig ist. Kramil versucht, hat eigentlich nur eine Strategie. Kramil muss durch die Frontline durchgehen. Und mit Carnage, dem stärksten Zauber, den wir da auch haben kann. Ja, und in Fatal Flourish hat sich fast den Artis rausgenommen. Ganz, ganz knappe Geschichte. Ja, jetzt muss ich mal gucken, ob er den Artis zurückstellt. Weil, Kramil hat nur eine Möglichkeit, also zwei Möglichkeiten in die Ferne anzugreifen. Und das ist entweder durch den Hippo oder durch die Jessica. Ja, das kann durchaus sein, dass die Jessica an den Hippo hat und ein Schützer war auf die erste Reihe, damit er nicht weiter auf den Artis einprügelt. Ob das einen Unterschied macht, sehen wir jetzt gleich. Ah, er stirbt wahrscheinlich doch am Ducking. Ja. Ach. Moral ist gewusstet. Gewusstet. Gleich. Wie. Win. All right. Oh, man. Pff. 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 Ja, manchmal ist der Textfilter schon doof. Aber was soll man machen? So, Turniersspielzeit ist jetzt schon eine Stunde. Wir sind Runde 3 und das Kronos Battlefield, das wird heute sehr beliebt sein. Wir sind zwar auch nur richtige Server, aber ich fürchte, es wird heute nicht gespielt. Die Frage ist, wie schafft es Epidemie, das Team vorher down zu kriegen, bevor wir die Zeit abläuft? Der Main wird das halt überleben, das ist halt der Stärke an dem Nachkampfwand, dass die Rüstung einfach zu stark ist. Da kommst du so nicht durch und erst recht nicht ohne Arthus. Das heißt, der Epidemie muss das langsam spielen und wahrscheinlich sogar auf Zeit, wenn er Pech hat. Ich lade mal ganz kurz die Streaming-Seite. So. So. Wer ist denn jetzt euer Favorit noch? Wir haben jetzt noch Epidemie. Wir haben... Sagen wir mal, wir nehmen jetzt Epidemie aus dem Tor. Wen würden wir denn in der zweiten Reihe nennen? Ja. Kommst du, man? Ja. Dann sag ich mal. Ja. Drei Mal. Ich versuche mein, eine Zeit, wenn ich das anfühlt. Ich versuche das Latt nicht zu sein. Ich versuche es mal nach, in der Zeit, wenn ich das nichtishiere. Steven ist noch dabei, Fabel ist dabei, Epi ist dabei. Ab, starke Segenaktion, starke Segenaktion. Das sieht schon fast nach Zeit aus, was Epi da versucht zu spielen. Wichtig ist es jetzt, dass man noch durch den Grim Reaper durchkommt, weil sonst wird das gefährlich, weil jetzt gleich das Schutzschild weg ist und das definitiv noch ein starker Zauber ist. Okay. Ja, das war's. Und ne 1 ist da vorbei. Guter Anfang im Spiel von Camille. Bisschen Glück gehabt. Bisschen Glück gehabt. Bisschen Glück gehabt.